Ja, hallo! Wir sind hier beim Pflanzenmarkt Holländer in Kürn, Ehrenfeld und wir haben mal gedacht, wir machen ein bisschen Weihnachten und ein bisschen nett und jetzt haben wir dieses Jahr unseren ersten Weihnachtsmarkt und es ist ein riesen Erfolg. Die Leute nehmen es an, die kommen und feiern. Ich bin ganz froh und ganz, ganz stolz, dass die Leute hierhin kommen und ja, wir haben einen schönen Abend.